Sie sind nicht tot. Sie wollen dich, verstehst du? Sie wollen dich als Wirtskörper. Hau ab! Okay. Gut. Ruhe denn mal. Ne, Gott. Ja, um zu laufen, muss ich erstmal hier rauskommen. Ich mag die Zombies mit der Knarre nicht. Die auch tatsächlich noch richtig Schaden machen können. Aber naja. Manchmal muss ich eben. Es ist jetzt 16.30. Autopsie an A. Watson. Wir machen nun den ersten Einschnitt. Hört sie fest! Ach du Scheiße. Super. Hört sie sich hier echt geil an. Schon gut, reg dich ab. Der Zugangscode zum Schacht ist 1, 2, 4, 5, 1. Ich habe eine Autopsie um 16.30, aber danach können wir auf dem Freizeitdeck ein Bier trinken. Hast du Lust darauf? Ja, sicher. Aber bitte, stell mir es kalt. Und bitte, Kirschmexerie, danke. Oder Köstrotzer-Biebe. Ja, Schleichwerbung. Ich weiß aber, da scheiße ich jetzt gerade mal drauf. So. Jetzt zum Wartungsschacht. Wo zum Henker ist der? Ich gehe einfach mal zurück in den Hauptraum hier. Und speichere mal wieder. Warte. Ja. Krüo-Aufzug. Ich muss ja durch den Schacht. So, geht mal weiter. Mal weiter, mal wieder zurück. Na, hast du was dabei? Ne. Bist ja auch tot, ganz klar. Wieder zurück. Ich war doch eben am... Oh, wie gut, dass ich hier in Ruhe rumrennen kann im Moment. Ach du... Heiliger, was war denn das? Ja, ich nehme das mit der... In Ruhe... Ruhe... Oh, hau... Hm. Ich meine... Zommen... Bist... Schön und gut. Affen. Okay. Kotzgelbe Roboter. Fuck. Aua. Scheiße, wo kam das wie jetzt her? Scheiß doch, die Wand... Das war eben noch nicht da. Nee. 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 Ach. Schau ab. Ach. Aufzugknopf. Aufzug. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Verpiss dich. Ja, ich bring dich um... Komm, bleib stehen, dann bring ich dich um. Ich tu dir den gefallen. Sag mal... Ja, jetzt ist aber nun mal gut, oder? Ich saufe was. Wo ist dieser Scheiß auf... So. Nee, super. Ich sterbe genau vor dem Aufzugschacht. Toll. Klasse gemacht. Daumen hoch. Ah, richtig... So beschäftigt sich mit dem Roboter. Ah, scheiß Ding. Leckt mich. Boah. Dieser arschgefickte Roboter. Der war doch eben noch nicht da, oder? Nee. Himmel, drei Teufels, sei es getrommelt. Am besten nehme ich bei dem die Panzer brechende Munition, oder? Ja, das dürfte das Beste sein. Oh, ne? Oh, ne? Ne Pistole. Die entladen. Und da die Panzer brechende Warbisse. Standard. Gewehr. Panzer brechende Munition. Boah, da fliegst du auseinander. Leck mich am Arsch. Ich stehe noch mit einem Lebenspunkt da. Boah, hält das Arsch wie was aus. Himmel, drei Teufel. Ja, super. Ja, super. Und jetzt ist auch noch ein Zombie. Nee. Oh. Ah. Ja. Puh. Die komische Haltstation, wo war die denn? Da hätte ich eben nicht so gesoffen wie ihn, doch dann... So, wo war der Aufzug? Ich bin eben genau vor seiner Nase gestorben. Ja, dann jetzt noch ein paar. Kamera hier habe ich ja kaputt gemacht. Ja, gut, okay. Ja, gut, okay. Ja, scheiße, das war jetzt idiotisch von mir gewesen. Ich glaube, eine Spritze hätte da jetzt auch gereicht. Ach, egal. Ah, hier. Wie war der Code nochmal? 1, 2, 5... 4? 1. Nee, scheiße. Ich muss nachher gucken. 1, 2, 5... 2, 5... 1, 2, 4, 5, 1... 1, 2, 4, 5, 1... 1, 2, 4, 5, 1... Was? Wieso nein? Doch. Doch. Ja, das versuche ich ja, Maul nicht so rum. Ich bin doch auf dem Weg. Was heißt hier Selbstbeweihräucherung? Hier liegt ein Arm rum. Super. Klasse. Sie sind jetzt auf dem Technikdeck. Finden Sie den Reaktorkern und stellen Sie ihn um. Dadurch erhalten die Aufzüge wieder Strom. Ja, wie soll ich den Reaktorkern umstellen? Also seien Sie vorsichtig. Die ist mal lustig, die Frau, oder? Schweinehurt? Was ist Schweinehurt? Ist das wieder... So ein Scheißspiel? Komm, die Zeitung brauche ich, denke ich, nicht mehr. Aber ein neues Lock habe ich gefunden.